Wie bei unseren größeren Yachten arbeiten wir bei Hanse auch bei unseren kleineren Yachten akribisch am Design, an vielen neuen Details und an einem Höchstmaß an Komfort. Gerade kleinere Yachten erfordern viel innovatives Denken und eine Menge Detailarbeit. Wir wollen das Segeln einfacher, komfortabler und schneller machen. Mit der neuen Hanse 345 haben wir dies konsequent umgesetzt. So haben wir zum Beispiel die Rumpfform gegenüber dem Vorgängermodell nicht nur mit dem Blick auf verbesserte Segelleistung und Bequemlichkeit weiterentwickelt, sondern auch die Linien verbessert. Ein ganz neues Schiff ist entstanden. Gemeinsam mit den Yachtkonstrukteuren von Judel, Wrohlig und Co. haben wir die Hanse 345 auf der Grundlage neuster hydrodynamischer Erkenntnisse optimiert. Die neue 345 hat konsequent vertikal gestaltete Steven- und Heckformen. Wir erreichen so eine lange Wasserlinie und das bringt eine Rumpfgeschwindigkeit, wir sonst nur größere Yachten erreichen. Und der breite, nahezu bis zum Spiegel auslaufende Rumpf ermöglicht es ergänzend, ein großzügiges und sicheres Cockpit zu gestalten. Ebenfalls effektiver gegenüber der Vorgängerin ist der optimierte Segelplan. Der Mast der neuen Hanse 345 wurde weiter achterlich positioniert. Dadurch hat die Selbstwende Fock an Fläche zugelegt, was vor allem den Leichtwindeigenschaften zugutekommt. Die Flächenverteilung von Großsegel und Fock hat ein sehr harmonisches Verhältnis. Durch das neue Rumpfdesign mit breiter Wasserlinie wurde zudem die Formstabilität weiter erhöht. Die neue Hanse 345 steuert sich angenehm und stressfrei. Außerdem verträgt sie mehr Krängung und muss daher später gerefft werden. Zu einer schnell segelnden Yacht gehören natürlich auch Segel mit viel Performance und von bester Qualität. Wir statten unsere Hanses schon in der Standardversion mit hochwertigem Segeln von Elfströmen aus. Sie wurden entsprechend der Konstruktionsdaten und dem Leistungsvermögen der Hanse 345 speziell entwickelt. Zusätzlich zur besseren Segelleistung haben wir bei der Hanse 345 viel Wert auf noch einfacheres Handling gegenüber dem Vorgängermodell gelegt. Mit der konsequenten Umsetzung des Hanse Easy Sailing Konzepts gehen wir hier einen klaren Schritt weiter als der Wettbewerb. Dies beginnt schon beim Segelsetzen. Sämtliche Fallen, Schoten und Strecker sind direkt nach Achtern zum Steuermann geführt. Der kann so das gesamte Boot alleine manövrieren. Segelsetzen wird so zum Kinderspiel. Ganz entspannt vom Steuerrad aus. Beim morgendlichen Auslaufen mit der Hanse 345 ist immer gewährleistet, dass bei allen denkbaren Wind- und Wetterverhältnissen sämtliche Manöver schnell und stressfrei gesegelt werden können. Auch die neue Hanse 345 ist schon in der Standardausstattung mit einer integrierten Selbstwende-Fock ausgerüstet. Das bedeutet, die Wende kann entspannt vom Steuermann gefahren werden und das ganz ohne Kurbeln an den Schoten von der Mannschaft. Hinzu kommt, auch Hanse-typisch, das doppelseitige German Main-Sheet-System. Das auf allen großen Hochsee-Rennjagden eingesetzt wird. Auch das Segeln mit dem Gennacker gestaltet sich auf der neuen Hanse 345 denkbar einfach. Die Vorteile unseres Easy-Sailing-Konzepts sind auch unter Gennacker allgegenwärtig. Das einfache und stressfreie Handling werden Sie schätzen. Aber vor allen Dingen segelt sie schnell und zeigt mancher Konkurrentin in kurzer Zeit ihr schönes Heck. Die neue Hanse 345 macht gerade unter Gennacker einfach viel Spaß. Bei Hanse stehen wir für innovatives Design und genau das hat uns auch bei der neuen Hanse 345 geleitet. Durch die in dieser Klasse nur selten eingesetzte Doppelsteueranlage haben wir zum Beispiel einen äußerst bequemen Zugang auf die Badeplattform geschaffen. Der neu gestaltete, breit nach Achtern auslaufende Rumpf macht das möglich. Ein Effekt, der auch bei der Gestaltung des Interieurs großen Einfluss hat. Und gerade dort hat die neue Hanse 345 einige Innovationen zu bieten. Da wäre der extrem voluminöse und komfortable Salon. Etwas großzügigeres findet man in dieser Klasse nicht. Die Kammer im Vorschiff erweckt den Eindruck, als ob man sich auf einer deutlich größeren Yacht befindet. Und das gleiche gilt auch für die Nasszelle, sowie die üppige Pantry. Nahezu einmalig in dieser Yachtgröße haben wir zwei Achterkammern realisiert, die ihren Namen wirklich verdienen. Mit ausreichend Platz für zwei Personen für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Übrigens sollte es einmal unerwartet zusätzliche Gäste geben, wir haben vorgesorgt. Die Salonbank lässt sich mit wenigen Angriffen zu einem breiten Doppelbett umbauen. Das Hanse Individual Customization Concept ist einzigartig im Serien-Yachtbau. Und es trägt die Bezeichnung wirklich zurecht. Wir sprechen hier nicht nur von der Ausrüstung wie Segel, elektrischen Winschen, ein tolles Teak-Deck oder Hightech-Navigationselektronik. Wir bieten Ihnen für Ihre Yacht zahlreiche Rumpf- und Wasserpassfarben an. Wählen Sie statt einer Gelcoat-Rumpfoberfläche einen lackierten Rumpf, dann ist die Farbgestaltung nahezu grenzenlos. Und natürlich haben Sie auch die Wahl verschiedener Layout-Varianten. Zum Beispiel mit nur einer Achterkabine und riesiger Backskiste. Oder, in dieser Klasse einmalig, zwei vollwertigen Achterkabinen. Auch die Farbgestaltung unter Deck ist variantenreich. Stellen Sie Ihr Trauminterieur nach individuellen Bedürfnissen aus einer Vielzahl angebotener Holzsorten für Möbel und Böden unterschiedlicher Stoffe und Farben zusammen. Sie haben mehr als tausend Kombinationen zur Auswahl. Bei Hanse ist es wie in einem Designstudio. Die Freiheit, die Sie bei der Gestaltung Ihres Zuhause gewohnt sind, bieten wir Ihnen auch auf Ihren neuen Hanse 345. Die neue Hanse 345 ist eine tolle Yacht geworden. Sie bietet Features, die man sonst nur auf deutlich größeren Schiffen findet. Und sie ist schnell, sicher, sehr einfach zu segeln, individualisierbar und kommt mit vielen äußerst nützlichen Designinnovationen. Eins steht fest, beim abendlichen Einlaufen in den Hafen blickt man ganz sicher auf einen entspannten und wundervollen Segeltag zurück.